Guten Tag, heute ist Sonntag, der vierte Advent, eigentlich schon Weihnachten. Und hinter dem Türchen sind die Grüße von uns zum vierten Advent für euch. Viel Spaß, tschüss. Guten Tag, ach, hier bin ich. Heute zum vierten Advent. Zwei Tage bis Heiligabend. Das vierte Licht ist an und ich möchte allen Facebook-Freunden sowie allen unseren Kunden vom Fotostudio Stukafo einen schönen heiligen Abend und ruhige Feiertage mit Familie und Freunden wünschen. Euer Stu von unserem Klick. Tschüss.